So, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu Let's Play The Legend of Dragoon. Oh yeah. Das letzte Mal haben wir hier ja den Endboss Urobolus besiegt. Oh yeah, wir haben ihn in den Hintern getreten. Und zwar so sehr, dass er sich einfach verzogen hat. Und als er nochmal aufstehen wollte, hat Sana ihm einfach den Rest gegeben. Kurz und schmerzlos, kurz schnell aufgelöst. Ja, ja. Und ja, wir können jetzt hier hinten durch. Und was sehen wir? Ein Kampf. Nein, kein Kampf, eine Kiste. Oh yeah. 2 Uhr. Und ein Ballon. Okay, gehen wir zusammen. Hups, Sana. Yeah, ich kann sie immer noch. 47 Jahren. Yeah, das ist viel. Naja, eigentlich nicht, aber egal. Ja, die darf auch mal angreifen. Hä, zeig, ach, schau. D, 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 d. Oh, oh, ähm, hepp, 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 zu früh. Mist. Ja, der neue Zusatz von Leitz. Der Orkanstab, glaub ich, so hieß er. Wirbelstock und der Orkanstab, ja. Und Sana sollte sich mal verteilen, sonst hat sie, äh, Sana, sonst hat sie bald ein kleines Problem. Aber okay. Mit DART ist das ja kein Problem. Jetzt sollte das mit Lawitz auch noch so laufen. Und dann wäre es überhaupt kein Problem mehr. Ja, 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 ja. Wir haben es begriffen. Falls du ein Date mit Sana willst, sage es einfach. Du musst sie nicht hauen. Wir sind hier nicht mehr in der Stein-Mist-Zeit. Ah, jetzt, ja. Die Hälfte Schadens-Gedür. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, was passiert, wenn man verfehlt. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, stimmt. Wir sind ja nicht mehr in der Stein-Zeit, wo die alten, äh, die Schuhe Zeit-Menschen, sagen wir mal, Stein-Zeit-Menschen, genau. Die Stein-Zeit-Menschen, die Frauen, wenn sie ihnen gefallen haben, einfach mal an sie über eine Schenkel geknallt haben und dann an den Haaren in die Höhle gezerrt haben. Das ist heute, glaub ich, nicht mehr so der Brauch. Nein. Definitiv nicht. Aber okay. Okay. Genug. Genug des Gequassels. Heitrank. Ja, das hätte ich nicht schon genug. Äh. Dort. Gut. Ja. Das wäre sonst peinlich. Okay. Jetzt geht's hier lang und da rauf. Und Kiste! Und? 50 Gold. Ja, das nehme ich gerne. Und hier raus. Yipyu. Geschafft. Nördlich von Sergio. Video ab geht es noch. Bell. Oh yeah. Na noch. Soll noch trainieren. Komm. Entschuldigung. Ich soll noch trainieren. No, Kampf wird. Das hat sich erledigt. Ja, das ist auch nicht die Rede wert. Ja. Na. Tötet nicht mal. Tötet nicht mal. Tööö. Na ja. Okay, komm Mist vorbei. Das ist doof. Das ist sehr doof. Denn jetzt kommt gleich. Ja. Überraschung. Oh oh. Nicht verwirrt sein. Danke! Autsch. 8 Maren okay schade los kommt abkann und gut das ist noch eine positive Zeit sie trifft fliegende Gegner spielt also sie sich für viel zu gut wie nie ja geschafft okay er hat dann muss ich denn dann gehe ich dann noch zu denn ja denn ich ja auch wenn möglich ist auf stufe 5 okay ab nach B zu Indelsburg ich bin nicht betrieben ab heute ist ein schöner Tag da bleiben wir draußen und betrieben keine Stadt nein die sonst uns kommen wir sind wichtig oh ja das sieht doch mal schön Sola m m okay dann was ist hier ausstehen m die 50 Prozent das ist schon wir sprechen auch mein Gott das zahlreiz aus dem Land spätestens mich um noch mal ein Porträt von euch zeigten bis bitte 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 um ob er nicht ich bin gleich für dich nicht bewegen hier im Strich Nr da ein Strich ein Strich nr noch ein Strich und noch ein Strich und noch ein Strich und noch ein Strich gut das waren dann glaube ich 8 8 Stück 9 Stück 11 Strich und schon erst ein Portrait fertig ja schon fertig Portrait von Lanz gehalten seh ich da nicht ein bisschen zu gut darauf aus was wieso sagt da das hä na seh ich da nicht ein bisschen zu gut darauf aus nein das finde ich nicht hä danke ich werde es in Ehren halten und okay Strich 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 die 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 jetzt gibt überhaupt nix nada dieser weg was ist hier oben was es gibt da noch etwas das die leute sitzen hier wohl um sich malen zu lassen wie kommst du wenn ich dann kurz mal ins menü kann da sieht man dann links neben dem porträt von shana sieht man die zeit 4 stunden 15 minuten und ein paar sekunden das gold ds und stardust stardust gibt es keine ahnung 50 stück bin mir nicht sicher ich weiß nicht wo sie sind ich werde sicher ein paar finden ein paar standorte weiß ich aber ich weiß nicht alle das kann ich schon mal sagen mit der reden wir gar nicht hier nicht sich ist zu sagen wenn man alle starters hat dann kann man glaube ich gegen speziellen gegner kämpft dem jahre ist sicher jeder tag wird schwer hatten da hatten waffenstillstand gebrochen es geht um den krieg den krieg machen wir langsam chillen schnapps ja ich habe sehr gut 100 gold pro flasche möchtest du ich kaufe fleißen ich kaufe fleißen ich denke sie gut nicht schnapps ja sie ich lege gut nicht schnapps ich muss schon noch schnapps denken ich muss mich bezuffen ich katsch ich katsch ich katsch ne 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 speichern oh ja die 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 gut ok wieso habe ich schnapps gekauft keine Ahnung doch hier irgendwo was nö gut äh was willst du mein Kind ist im Kampf gefallen mein eigenes Kind Mist ich brauche etwas zu trinken hä ah Mist naja könntest ja nachlesen hm den habe ich jetzt vergeben der will mir überhaupt ein Bett geben ähm es kostet 10 gold pro nacht bleibt ihr hier nö bringt mir nix so ihr seht da in jedem Fall das sind Hotels die blauen sind und Läden so hat ich weiß gelbfalt kann aber auch Spitälers sein ja äh hier irgendwo war doch so ne 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 nichts kaufen ne 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 nichts kaufen ich will mir nur mal ums irgendwo hier war doch irgendwo äh bin mir sicher oder war das in einem anderen Laden ok war nicht hier etwas kaufen mal schauen was du schönes anzubieten hast ich habe zwar schon eine volle Gegenstände aber vielleicht kann ich ja was verkaufen ähm nein und was könnte ich kaufen äh nö gut geistreinigung zur auch en